Wir haben ein stilles Gebet. Amen. Vielen Dank, dass ihr hier seid bei der zweiten Präsentation. Wir werden da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Er hat die Übersetzer noch nicht gehört. Just a second. Okay. Can you speak again, see if I can hear you? Hello, I'm, you hear me now? Sorry, I'm with French. Sorry, okay. My bad, I should have said it too. Okay, so let's review three points quickly. Also lasst uns drei Punkte nochmal schnell wiederholen. Ich möchte die drei Zeugen, die ich gegeben habe, für die Zeit des Sonntagsgesetzes bzw. Schiffbruch nochmal wiederholen. Also ich habe vorgeschlagen, dass ich es in 2025 sehe. So let me just try to emphasize, what are those three witnesses that I saw? Und ich möchte nochmal wiederholen, welches sind die drei Zeugen, die ich sehe? So the first witness, I would say it's a combination of verse 27 and 28. Der erste Zeuge ist eine Kombination aus Vers 27 und Vers 28. So I will just read these two verses again. Ich lese diese zwei Verse nochmal. But when the 14th night was come, and we were driven up and down in Adria, about midnight, the ship made deem that they drew near some country, and sounded and founded 20 fathoms, and when they had gone a little further, they sounded again and founded 15 fathoms. Sie loteten und fanden es 20 Seemeilen Tiefe, als sie noch ein wenig weitergefahren waren, loteten sie erneut und fanden es in 15 Seemeilen Tiefe. My suggestion is that we have clearly an element of time in these two verses. Ich schlage vor, dass wir hier ganz klar ein Zeitelement haben in diesen zwei Versen. Und das basiert nicht nur einfach auf der Zahl 25-20. Diese Zahl ist aber da, das haben wir durch älteste Tess gesehen. Ich sage, dass die Tatsache, dass die Menschen auf dem Schiff in der Lage waren zu sehen, dass sie sich nah an der Insel befanden, gefunden haben, dass sie sich dem Land näherten. Und wir verstehen, dass das Land das Ende des Schiffs war. Ich möchte vorschlagen, dass wir sehen müssen, wie die Institution die Zeit berechnet. Und natürlich kann die US-Institution nicht die Zeit so kalkulieren, wie wir es tun. Durch prophetische Muster und durch die Bibel. Sondern sie kalkulieren die Zeit durch den Wahlzyklus oder durch die Zeitperiode einer Präsidentschaft. Also ich denke, wir müssen verstehen, wie die USA die Zeit auf diese Art und Weise kalkuliert. Ich könnte mehrere Beispiele geben, aber ich habe nur eines genannt von Hillary Clinton. Auch wenn sie genau jetzt kein Teil der Institution ist. Sie repräsentiert dennoch sehr gut das Gedankengut von vielen Personen innerhalb der Institution, aus beiden Parteien. Sie wurde gefragt, was passiert, wenn Trump wiedergewählt wird. Sie hat gesagt, es ist das Ende der Demokratie. Die Frage ist, wie ist sie oder die Institution sich so sicher, dass wenn Trump zurückkommt, dass das dann das Ende ist? Warum betont Apostelgeschichte 27, dass das in 2021 passiert und nicht in irgendeinem anderen Jahr? Wir haben gesagt, es lag an diesen Ereignissen, die im Januar passiert sind. Und in Wirklichkeit fing das im November schon an mit der Wahl. Als Trump behauptete, er hatte die Wahl gewonnen, ohne irgendwelche Beweise zu bringen. Also er kämpfte zwei Monate lang bis Januar. Und am 6. Januar haben sie ihren letzten Versuch gestartet, das Land mit Gewalt zu übernehmen. Und deswegen denke ich, sind das diese Felsen in Vers 29, auf die sie zusteuerten oder fast zerbrachen. Also in Vers 27 heißt es, sie dachten, dass sie nahe an Land kommen. Das muss bedeuten, dass die Institution wusste, dass ihr Ende nahe bevorstand. Das ist mein erster Zeuge zum Jahr 2025. Denn wenn ihr rechnet, dass sie sich da im Januar 21 befanden, und sie berechnen, wann werden wir unsere Demokratie verlieren, Sie sagten im Grunde genommen, wann werden wir dieser Bedrohung wieder gegenüberstehen, die Bedrohung, die wir gerade überlebt haben. Da würde ich sagen, das ist dann der Januar 2025. Dann hatten wir diese Faden. Und ich würde sagen, es ist eine symbolische Darstellung der Geschwindigkeit des Schiffes. Das würde heißen, das Schiff befand sich hier 2021. Und symbolisch haben sie bestimmt, wie dicht Schiffbruch bevorstand. Das erste Mal, wo sie gemessen haben, waren es 20 Faden. Und beim zweiten Mal waren es 15. Und der Unterschied zwischen 20 und 15 ist, dass sie sich fünf Faden näher an die Insel genähert haben. Also die Zahl fünf ist die Geschwindigkeit des Schiffs, fünf Faden. Und fünf Faden in Inch sind 360, 360 Inch. Ich hoffe, wir können sehen, dass jeweils fünf Faden, um fünf Faden sich das Schiff zur Insel näherte. Und das ist im Grunde genommen ein Jahr. Fünf Faden sind ein Jahr. Und so kommen wir dann zu 2025. Wenn wir jetzt zu Vers 29 gehen. Da sehen wir den dritten Zeugen für die Zeit. Da sie fürchteten, wir könnten auf Felsen stoßen, warfen sie vier Anker aus, aus dem hinteren Teil des Schiffs, und wünschten den Tag herbei. Also sie sind ja fast mit den Felsen zusammengestoßen, welches durch die Ereignisse am 6. Januar repräsentiert wird, wo sie fast das Land zusammenbrach. Jetzt müssen wir herausfinden, was sind diese vier Anker, die das Schiff davon abgehalten haben, zerstört zu werden und auf die Felsen zu stoßen. Und wie ich bereits versucht habe zu beweisen, ist es ein demokratischer Präsident, der kurz vor dem schließlichen Schiffbruch dann eingesetzt wird. Und die Logik ist einfach. Diese Anker wurden am 6. Januar geworfen. Wenn wir zu Vers 40 springen, wie ich es euch später dann gezeigt hatte, Vers 41 ist das Sonntagsgesetz. Und um zum Sonntagsgesetz zu kommen, liest man Vers 40. Und da steht, als sie die Anker heraufgezogen haben. Ihr könnt das in eurer eigenen Zeit lesen. Die Anker, die sie dann heraufzogen sind, diese vier Anker. Mein Verständnis ist, dass diese vier Anker geworfen sind bis zum Ende der Amtszeit des Präsidenten. Und das wird im Januar 2025 sein. Also es ist meine persönliche Meinung, basierend auf meiner Interpretation von Apostelgeschichte 27, dass die Institution der Vereinigten Staaten heute noch sich immer noch am Anker befindet. Sie hat die Insel noch nicht erreicht. Immer noch am Anker befindet. Sie hat die Insel noch nicht erreicht. Also das wäre mein Vorschlag. Wir haben bei Vers 30 aufgehört. Vers 30 habe ich bereits erklärt. Wir gehen da nicht nochmal drüber. Vers 30 findet nicht im Jahr 2021 statt. Es ist Teil eines anderen Teiles der Geschichte. Das ist die Zeitperiode, wo sie auf das Tageslicht warten. Also Vers 29 ist, wenn sie auf das Tageslicht warten. Und Vers 30, so wie wir auch bei Ellen White gelesen haben, ist, wenn der Tagesanbruch begann, also die ersten Lichtstrahlen des Tages kamen. Und das ist der Moment, wo die Segler, die Schiffsmänner versucht haben, vom Schiff zu fliehen. Und ich habe aufgezeigt, wie anders sie nun waren als zuvor, als sie all ihre Pflichten erledigt hatten. Und dann haben wir darüber gesprochen, was bedeutet die Anker auswerfen. Weil das in Vers 29 auch erwähnt wird. Der einzige Unterschied ist, dass die einen werden herausgeworfen und die anderen werden es nicht. Also ich habe vorgeschlagen, dass Anker auswerfen bedeutet, einen Präsidenten zu zertifizieren. Und das geschah am Folgetag, am 7. Januar, ganz früh morgens. Es sollte am 6. Januar stattfinden, aber wegen diesem Sturm aufs Kapitol konnte es erst am 7. stattfinden. Also ich möchte uns daran erinnern, dass Vers 30 noch nicht Schiffbruch ist, sondern Vers 41. Aber sie werden in Vers 30 Entscheidungen treffen, die es unmöglich machen, nicht mit der Insel zusammenzustoßen. Also es wird unvermeidbar sein, mit der Insel zusammenzustoßen. Ich erkläre das später. Also wenn wir verstehen, dass Vers 30 die Zertifizierung ist, das wird am 6. Januar 2025 sein. Und warum sehen wir die Anker? Wir gehen zurück. Das erste Mal werden die Anker 2021 gesehen, nicht 2020. Weil das Auswerfen der Anker ist nicht die Wahl selbst, sondern die Zertifizierung des gewählten Präsidenten. Das machen dann die Menschen. Sie wählen den Präsidenten. Aber die Menschen sind nicht in dem Schiff. Und hier geht es um die Institution. Also es ist die Arbeit der Segler, die Anker zu werfen. Deswegen schlage ich vor, ist das der Kongress. Der Kongress sind die Schiffsmänner, die Segler. Also in Vers 30, wenn wir dann zum 6. Januar gehen, zum Tag der Zertifizierung. Der Grund, warum hier die Anker erwähnt werden, ist, weil sie die Wahl gewonnen hat. Die Anker sind in Vers 30, weil sie die Wahl gewonnen hat. Sie ist derjenige, die die Wahl gewonnen hat. Und sie sollte zertifiziert werden. Aber gemäß Vers 30 werden diese Anker nie ausgeworfen. Also anstelle dessen, dass sie die Anker auswerfen, werfen sie das Boot heraus. Und ich möchte kurz über dieses Boot, das Rettungsboot sprechen. Ich möchte nicht über jedes Detail des Rettungsbootes sprechen. Aber ich möchte, dass wir erkennen, dass das Boot ein wichtiges Element dieses Gleichnisses ist. Wenn ihr mit mir in Apostelgeschichte Vers 14 geht, Wir lesen von 14 bis 17. Wir lesen von 14 bis 17. Not long after there arose against it a tempestuous wind called Eroclion, and when the ship was caught and could not bear up into the wind, we let her drive. And running under a certain island, which is called Claudia, we had much work to come by the boat, which when they had taken up, they used helps, undergirding the ship, and fearing less they should have all into the quicksands, straight sail, and so were driven. Aber nicht lange danach fegte von der Insel ein Wirbelwind daher, Euroklydon genannt. Der riss das Schiff mit sich fort und da es dem Winde nicht widerstehen konnte, gaben wir es preis und ließen uns treiben. Als wir aber an einer kleinen Insel, Klauda genannt, vorbeifuhren, vermochten wir kaum, das Rettungsboot zu meistern, welches man emporzog, weil man es nötig hatte, um das Schiff zu unterbinden. Und weil sie fürchteten, auf die Syrte geworfen zu werden, zogen sie die Segel ein und ließen sich so treiben. Hier sehen wir, dass dieses Schiff fast zweimal zerstört worden wäre. Wir verstehen, dass der Euroklydon 9-11 ist. Wir wissen, dass das eine sehr große Herausforderung gegen die Institution war. Und sie haben mehrere Maßnahmen ergriffen, um diesen Sturm zu überleben. Und im Vers 16 steht, wir hatten viel damit zu tun, das Boot hineinzuziehen. Also sie mussten das Boot auf das Schiff bringen. Also sie mussten das Boot retten und es auf das Schiff hieven. Ich möchte, dass wir ein Zitat von Ellen White lesen über diesen Moment. Ich werde es in eigenen Worten wiedergeben. Sie sagt, das erste, was sie taten, nachdem der Oststurm sie getroffen hatte, dass sie das Boot ins Schiff hinaufzogen. Und sie sagt, dass das Boot so wichtig war, es war ihre letzte Hoffnung, wenn dem Schiff etwas zustoßen würde. Also ich möchte, dass wir daran denken, wie wichtig dieses Rettungsboot für die Institution ist. Aber sie werden es in Vers 30 verlieren. In Vers 30 lassen sie das Boot herab, weil sie wollten damit fliehen. Aber wenn wir die folgenden zwei Versen wenn wir die folgenden wissen wir, dass es sagt, dass sie das Boot letztendlich verloren verloren haben. Also wenn wir diese folgenden zwei Verse lesen, da heißt es, dass sie das Schiff dann letzten Endes verloren haben. Paulus sagte zum Hauptmann und zu den Soldaten, wenn diese nicht im Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Da schnitten die Soldaten die Seile des Bootes ab und ließen es fallen. Also wir sehen hier die Interaktion zwischen Paulus und den Soldaten. Und das endet damit, dass das Schiff dieses wichtige Boot verloren hatte. Ich möchte, dass wir darüber nachdenken, was es bedeutet, dass sie das Boot verloren hatten. So I want us to read verse 41 to 43. Lesen wir Vers 41 bis 43. This is the moment right after shipwreck. Das ist der Moment direkt nach dem Schiffbruch. In fact, 41 is shipwreck. Also Vers 41 ist Schiffbruch. Let's look at what happens in verse 42 and 43. It says, and the soldiers' council was to kill the prisoners, lest any of them should swim out and escape. But the centurion, willing to save Paul, kept them from their purpose in command that they which could swim should cast themselves first into the sea and get to land. Vers 42 Die Soldaten rieten, die Gefangenen zu töten, damit nicht einer von ihnen hinausschwimmen und entkommen konnte. Aber der Hauptmann wollte Paulus retten und hielt sie von ihrem Vorhaben ab. Er befahl, dass diejenigen, die schwimmen konnten, sich zuerst ins Meer stürzen und dann an Land gehen sollten. So, when I look at this verse, I think of how inconvenient it was for them to lose the boat. Bei diesem Vers muss ich daran denken, wie unbequem es war für sie, das Boot loszulassen. Schiffe sind nicht dazu da, mit Inseln zusammenzustoßen und Schiffbruch zu erleiden. Aus Verzweiflung natürlich, das Einzige, was sie tun konnten, war zusammenzustoßen. Aber was wäre passiert, wenn die Ereignisse aus Vers 30 nicht geschehen wären? Sie hätten nie versucht, zu fliegen und nie versucht, das Boot aus dem Schiff herabgeworfen. Was wäre, wenn die Schiffsmänner niemals versucht hätten, zu fliehen und das Boot nicht aus dem Schiff herabgeworfen hätten? Dann hätten die Soldaten, wen auch immer sie repräsentieren, ja nicht die Seile abschneiden müssen. Dann wäre Vers 41, 42 und 43 eher so, actually reading verse 40. Vers 40, so schnitten sie die Anker ab und ließen sie ins Meer und lösten zugleich die Bande der Steuerroder. Dann zogen sie das Vordersegel auf gegen den Wind und hielten dem Gestade zu, also der Küste. Das Schiff hätte in einer gewissen Distanz vor der Insel gestoppt. Sie hätten das Rettungsboot benutzt, was sie normalerweise getan hätten. Und jeder hätte sicher auf dem Rettungsboot zur Insel schwimmen können. Aber Vers 30 bringt das Schiff zum Brechen, weil sie dieses Boot herabließen. Also ich sage, der 6. Januar wird der letzte Moment sein in der Zeit, wo die Entscheidungen getroffen werden, dass entweder das Schiff zerbricht oder nicht. Ich möchte ein bestimmtes Zitat lesen. Ich möchte ein bestimmtes Zitat lesen. Ich lasse es später. Ich werde ein zweites Wissen zeigen, für Kamala Harris gewinnen in der Wahl. Wir lesen das später. Ich gebe jetzt noch einen zweiten Zeugen dafür, dass Kamala Harris die Wahl gewinnen wird. Als ich in diesem Jahr diesen Vers betrachtet habe, da dachte ich mir, es ist sehr einfach, irgendwas hier hineinzuinterpretieren, interpretieren, was auch immer wir wollen. Und da gibt es eine Präsentation von Lilly One von vor ein paar Monaten. Und sie erinnerte uns daran, dass die Interpretation nicht nur eine Wissenschaft ist, sondern auch eine Kunst. Also ich möchte damit sagen, diese Verse scheinen sehr flexibel zu sein. Man kann zu unterschiedlichsten Schlussfolgerungen kommen. Aber ich habe versucht, weiterzumachen und einen zweiten Zeugen zu finden in der Struktur selbst. Bevor ich das zeige, zeige ich noch eine andere Linie ganz kurz. Also hier geben wir einen zweiten Zeugen dafür, dass Kamala die Wahl gewinnen wird, aber nicht zertifiziert wird. Ich möchte, dass wir ein anderes Schiff anschauen in Apostelgeschichte 28. Dieses Schiff wurde im Detail in der Präsentation von Elena erklärt im letzten internationalen Camp Meeting. Also ich würde euch darauf verweisen, damit ihr diese Linie besser verstehen könnt. Also wir haben hier das Schiff von Adramitium, danach das Schiff von Alexandria. Und ich möchte, dass wir in Betracht ziehen, dass es in Vers 28 ein drittes Schiff gibt. Chapter 28, sorry. Kapitel 28. And we're gonna read the three verses. It's 28, 11 to 13. Wir lesen diese drei Verse. Vers 11 bis 13. And after three months we departed in a ship of Alexandria which had wintered in the isle, whose sign was Castor and Pops and landing at Syracuse we tarry three days and from then we fetched a compass and came to Rageo and after one day and after one day the south wind blew and we came the next day to Chile. Nach drei Monaten fuhren wir mit einem Schiff aus Alexandria ab, das auf der Insel überwintert hatte und dessen Zeichen Castor und Pollux war. Wir landeten in Syracuse und blieben dort drei Tage. Von dort holten wir einen Kompass und kamen nach Regium. Nach einem Tag wehte ein Südwind und wir kamen am nächsten Tag nach Puteoli. So the symbol of Alexandria we already know and we have been applying it to 1798. Also das Symbol von Alexandria kennen wir bereits und wir haben es 1798 angewendet. Das ist der Beginn der Reise. So we're gonna make this second ship from Alexandria to start from the same place. Also dieses zweite Schiff beginnt am gleichen Ort. Then we arrive to, I mean, the ship arrives to Malta. Das Schiff kommt dann nach Malta. In Malta is where Paul and the rest of the people are going to come into that ship. Auf Malta steigen Paulus und der Rest der Leute auf dieses Schiff. So they will board the ship in Malta. Also sie gehen an Bord des Schiffes in Malta. Malta is where the ship right took place, which is right here. Malta ist, wo das erste Schiff Schiffbruch erlitten hatte. I'm not reading all the verses. You can go on your time to read in the context. You can selbst den Kontext lesen. Malta is where Paul spent the winter. In Malta hat Paulus den Winter verbracht. But also the ship spent the winter in Malta. Aber auch das Schiff hatte den Winter in Malta verbracht. Da gibt es einen Unterschied zwischen dem Schiff von Alexandria und zwischen dem vorigen. Das vorige Schiff von Alexandria wird von Ellen White das gute Schiff genannt. Aber wenn ihr Vers 11 liest, dieses Schiff hat das Zeichen von Castor und Pollux. Also das ist das Schiff von Castor und Pollux. Das Wort Malta bedeutet Honig. Das ist ein klarer Hinweis für uns, dass das Buch Daniel geöffnet wurde, als wir es essen sollten. Wir wissen, das ist ein Hinweis auf die Zeit des Endes. Malta ist 1989. Also Malta ist 1989. Genau wie älteste Tess, Myra und Lycia vom ersten Schiff nahm, hier oben. und sie hat dieses Symbol bei 1844 angelegt. Ich schlage vor, wir können das gleiche tun, wo Schiffbruch stattfand, können wir bei 1989 anlegen. Vers 12 sagt, wir landeten in Syrakus und warteten dort drei Tage. Und Sie haben Zeit, um Ihre Noten zu Sie wissen, dass Sidon bedeutet zu warten, zu tarren. Also Sidon bedeutet zu warten, also Symbol der Verzögerungszeit. und hier Syrakus, dort warteten sie auch. Also wir können uns sicher sein, dass das 2001 ist. Dann kamen sie nach Regium. Die Bedeutung in der Strongs Konkordanz bedeutet Riss. Und wir hören bei dieser Linie auf. Mehr Details findet ihr in der Präsentation von Elena. Ich möchte hier nur das Wort Riss betonen. So this word is what was in the headlines of every newspaper in English when the capital attack happened. Also dieses Wort war in den Schlagzeilen in jeder englischen Zeitung als der Sturm aufs Kapitol stattfand. Denn sie brachen in das Kapitol ein und das Kapitol erhielt Risse. Also ich möchte nur das als Bestätigung nehmen. In diesem Gleitnis wird eine Betonung gegeben. Nämlich die Ereignisse des Januars 2021 werden hier Ich habe gesagt ich möchte einen zweiten Zeugen geben dass Kamala die Wahl gewinnen wird aber nicht zertifiziert wird. Ich möchte uns an diese Schlussfolgerung erinnern die wir auf Vers 30 basiert hatten Das ist hier alles verschoben Wir gehen zu diesem Zeugnis hier Ich möchte eine Linie zeichnen basierend auf Apostel Geschichte 27 Ich möchte die Dispensation betrachten die mit uns zu tun hat Im Schiff von Adramitium sind das diese vier Wegmarken von 1989 bis zum Sonntagsgesetz und wenn wir diese Wegmarken platzieren dann sieht das so aus 1989 2001 2021 und ich schlage vor 2025 Das Erste, was mir aufgefallen ist, dass das alles Jahre sind nach einer Wahl. Also ein Übergangsjahr. Die Wahl 88. 2000. 2020 und 2024. All diese Wegmarken geht eine Wahl voraus. Im Schiff von Alexandria ist diese Wegmarke La Sea. In einem Hafen, der Fairhavens genannt wird. Fairhavens ist ein guter Ort. Paul hat sie gewarnt, nicht weiterzuweisen. Also ich schlage vor, wir sehen hier keine Probleme in diesem Jahr. Diese Wegmarken sind immer Jahre nach einer Wahl, wo der Vizepräsident Kandidat ist. Also ein amtierender Vizepräsident, der stellt sich hier in jeder der Wahlen zum Kandidaten auf. Das Zweite, das ich bemerkt habe, ist, dass 1989 hat dieser Vizepräsident die Wahl gewonnen. Und im Jahr 2020 hat auch der Vizepräsident die Wahl gewonnen. Aber 2001 war das eine seltsame Wahl. Da gab es Probleme bei dieser Wahl. Amerika war im Jahr 2001 sehr schlimm geteilt. Ich kann nicht in die Details gehen, aber bitte euch, diese Wahl nochmal nachzulesen. Zusammengefasst, in dieser Wahl hat das amerikanische Volk nicht wirklich seinen Präsidenten ausgewählt. Ich spreche nicht von den Wahlmännern. 2016 hat Trump die Wahl ganz fair gewonnen. Er hat zwar die Mehrheit im Volk verloren, aber so funktioniert das System nicht in Amerika. Aber 2001 sollte Al Gore Florida gewinnen. Und die Presse hat ihn zum Gewinner erklärt. Aber etwas später mussten sie zurückrudern und sagen, dass Bush in Wirklichkeit die Wahl gewonnen hatte. Das war ein Problem im Staat Florida. Unter dem Strich hat Bush Florida mit 1.000 Stimmen nur Vorsprung gewonnen. Ich runde diese Zahl auf, es waren ungefähr 900 noch was. Der Supreme Court von Florida hat die Klage von Al Gore akzeptiert, dass man das nochmal auszählen sollte. Und als die Wiederauszählung stattfand, ist die Differenz von 1.000 nur noch auf 500 Stimmen gefallen. Da gab es viele Probleme, wie diese Wiederauszählung stattfand. Al Gore holte auf Bush auf mit jedem Tag der Auszählung. Aber diese Wiederauszählung war zu lange. Und der konservative oberste Gerichtshof vom Jahr 2000 hatte entschieden, dass sie diese Wiederauszählung stoppen sollten. Und im Grunde genommen kann sich niemand sicher sein, wer wirklich diese Wahl in Florida gewonnen hatte. Ruth Bader Ginsburg war gegen diese Entscheidung. Und auch Al Gore selbst hat gesagt, ich stimme mit dieser Entscheidung nicht überein, aber ich werde gehorchen. Also es war eine sehr schwierige Wahl, umstrittene Wahl. Es wurden viele Artikel danach geschrieben. Vor allem schwarze Menschen wurden benachteiligt bei dieser Wahl. Es ist auch in diesem Schreiben von Ruth Bader Ginsburg. Und auch alle schwarzen Kongressabgeordneten haben gegen diese Entscheidung angekämpft. Aber meine prophetische Legitimation, zu sagen, dass Al Gore diese Wahl gewonnen hat, da möchte ich nur dieses Zeugnis von Michael Moore anbringen. Michael Moore hat diese zwei sehr prophetischen Dokumentationen gemacht. Diese beiden Dokumentationen wurden von ältester Tess auf eine Linie platziert, damals in Uganda, meine ich. Und Fahrenheit 9-11, so wie sie heißt, die erste Dokumentation, wurde 2004 herausgebracht. Dort hat Michael Moore gesagt, dass Al Gore im Grunde genommen die Wahl gestohlen hatte, dass ihm die Wahl gestohlen wurde. Und dann wird ein kurzer Ausschnitt gezeigt vom 6. Januar 2001. Weil am 6. Januar kann der Kongress eine Wahl umstürzen. Und black women in particular, I refer you back to the documentary, they stood up and they tried to object the certification of a warrior. Und vor allem schwarze Frauen standen auf und haben versucht, dagegen anzukämpfen. Aber kein einziger Senator wollte diesen Einspruch der Kongressabgeordneten unterschreiben. Vor allem schwarze und schwarze Wähler wurden durch diese Entscheidung des obersten Gerichtshofs angegriffen. Also mein Punkt ist, dass diese Wahl war von Al Gore gewonnen worden, aber er wurde am 6. Januar nicht zertifiziert. Wenn ihr die Artikel darüber lest und Dokumentationen anschaut, es ging um Rassismus. Ich möchte jetzt eine plausible Schlussfolgerung zum Jahr 2025 geben. Wir wissen, dass es eine Wahl wird, wo die Macht der Frauen ganz klar sichtbar sein wird. Die weiblichen Wählerinnen. Weil sie sind diejenigen, die am meisten gelitten haben unter den Entscheidungen, die von Trump und vom Gerichtshof in den letzten Jahren ausgeführt wurden. Man sieht voraus, dass Frauen so sehr sich in die Wahl hier einbeziehen werden und wählen gehen werden, wie nie zuvor. Wenn wir wieder zum 6. Januar gelangen werden. Ich erlaube mir zu sagen, dass es bei all diesen Wegmarken um eine Zertifizierung ging. Diese erste Wegmarke, Fair Havens, ist eine gute Zertifizierung. Da gab es keine Probleme. Die Zertifizierung im Jahr 2001 war sehr problematisch und sie hätten Bush davon abhalten müssen, Präsident zu werden. Al Gore hätte Präsident werden müssen und zertifiziert werden müssen. Aber er wurde es nicht. So, dann kommen wir im Jahr 2021, die Zertifizierung von Biden. Der Vizepräsident von Obama. Auch wenn diese Zertifizierung eine der schwierigsten war. Die Entscheidung war richtig und der richtige Präsident wurde zertifiziert. 2001 war es falsch und ich würde sagen, dass auch 2025 es wieder falsch gemacht wird. Wenn Kamala zertifiziert werden hätte sollen. Und das Thema wird nicht der Rassismus sein, sondern der Sexismus, Geschlechter, Gender. Also das ist der zweite Zeuge dafür, dass wir Kamala Harris sehen, dass sie die Wahl gewinnt, so wie Al Gore. Und zertifiziert werden hätte sollen. Wie können wir uns so sicher sein, dass das so ist? Wir wissen, dass das Jahr 2001 der Vorbote des Endes der Gnadenzeit ist. Wir müssen daran denken, dass das Ende der Gnadenzeit in Daniel 12, Vers 1 ist. Aber das ist auch das Ende der Gnadenzeit des Schiffes. Ich denke, wir können erwarten, dass der Vorbote von 2001 sich in 2025 erfüllt. 2001 hat die amerikanische Institution ein Verbrechen begangen. Wir nennen das eine Sünde. Und sie wurden wegen dieser Sünde bestraft. Durch den Angriff des dschihadistischen Islam. Für mich ist es offensichtlich, dass wenn Kamala nicht zertifiziert wird vom System. Da würde es mich nicht überraschen, wenn wir auch in diesem Jahr den Islam wieder auftreten, aufkommen sehen. Das ist ein Muster, welches ich bezüglich dieser fünf Wegmarken zeigen wollte. Also der radikale Islam. Ich möchte zwei Zitate lesen, aber es gibt etliche. Es gibt sehr viele Zeitungsartikel jetzt, die davor warnen, dass Trump auf unfaire Art und Weise die Wahl nehmen könnte, stehlen könnte. Ich lese Zitat 29 für die Übersetzer. Das ist Timothy Snyder. Ein bekannter Historiker in Amerika und auch weltweit. Und er hat diesen Artikel geschrieben, die dreiteilige Show des Verlierers. Wir haben diese Show schon einmal gesehen. Wir wissen, wie es aussieht, wenn Trump verliert. Drei Aktionen von Trump sind vorhersehbar. Wir kennen sie von der letzten Wahl. Das letzte Mal, als Trump verlor, als Trump wusste, dass er verloren hatte, hat er erstens behauptet, er habe gewonnen, zweitens Klagen eingereicht, drittens zur Gewalt ermutigt. Und dann nennt er hier die Zeit von diesen drei Punkten. In November hatte er behauptet, er habe gewonnen. Timothy Snyder erwartet auch, dass das im November wieder passiert. Die Klagen, die er einreicht, erwartet er im November bis Dezember. Und die Gewalt fand im Januar statt. Und die Gewalt fand im Januar statt. Also im November hatte er behauptet, er habe gewonnen. Im November und Dezember hat er Klagen eingereicht. Und im Januar hat er zur Gewalt aufgefordert. Er hat diese drei Dinge getan, weil er verloren hat. Sie bilden diesen Verlierer-Dreiklang. Nach dem Verhalten in der Vergangenheit zu urteilen, würde eine Wiederholung dieses Dreiklangs jedoch signalisieren, dass Trump glaubt, verloren zu haben. Im Jahr 2024 wird die Reihenfolge jedoch anders sein. Im Jahr 2024 wird die Reihenfolge jedoch anders sein. Verbündete von Trump haben bereits Dutzende von Klagen eingereicht. Die Gewalt der Trump-Befürworter wird wahrscheinlich um den Wahltag herum beginnen und nicht erst im Januar. Aber der Zeitpunkt, an dem Trump seinen Sieg erklärt, wird wahrscheinlich derselbe sein. Kurz nach der Wahl, aber bevor das Ergebnis feststeht. Also dies ist diese dreiteilige Sache zwischen 20 und 21. Und Timothy Snyder erwartet etwas Ähnliches, aber in einer anderen Reihenfolge im Jahr 2024 und 2025. Dieses Mal werden die drei Aktionen wahrscheinlich in der folgenden Reihenfolge stattfinden. Trump in diesem Verlierer-Dreiklang vom Jahr 2024. Nummer eins, Klagen werden eingereicht. Dies geschieht bereits sogar vor der Wahl. Also er reicht jetzt bereits Klagen ein. Als zweiten Schritt ermutigt er zu Gewalt. Höchstwahrscheinlich um den Wahltag herum. Und dann behauptet er, er habe gewonnen. Kurz nach dem Wahltag. Kurz nach dem Wahltag. Wenn Trump again claims too early that he won, this is not just a statement like any other. It is part of the plan to state a power by a candidate who believes that he has lost an election. A repeat of the behavior that we know very well. If Trump claims victory, this is a good sign that Harris has won the election. When Trump erneut zu früh behauptet, er habe gewonnen, ist das nicht nur eine Aussage wie jede andere. Es ist Teil eines Plans zur Machtübernahme durch einen Kandidaten, der glaubt, eine Wahl verloren zu haben. Eine Wiederholung eines Verhaltens, das wir sehr gut kennen. Wenn Trump den Sieg für sich beansprucht, ist das ein gutes Zeichen dafür, dass Harris die Wahl gewonnen hat. Wir lesen noch einen kurzen Absatz von einem anderen Artikel, auch von Timothy Snyder. Also der erste heißt Loser Triad. Der zweite Artikel heißt A Fair Fight in Georgia, Ein fairer Kampf in Georgia. Er sagt, diese Präsidentschaftswahl kann in drei Richtungen verlaufen. Harris gewinnt, Trump gewinnt oder organisierter Unfug von Trumpisten macht das Wahlsystem und das Land kaputt. Im Dezember und Januar könnten alle drei Zweige der Bundesrepublik in Misskredit geraten. Der Kongress durch die Wahl eines Verlierers. Die Präsidentschaft durch die Ungewissheit, wer das Amt bekleiden soll. Der oberste Gerichtshof durch eine politische Entscheidung. Wie soll die Republik dann weiter bestehen? Trump doesn't care, because he doesn't care about democracy or the institution. But if it comes to powers thanks to the breakers, the system itself, the country itself can end up broken. Trump kümmert sich nicht darum, weil er sich nicht um die Demokratie oder die Verfassung schert. Aber wenn er dank der Breakers an die Macht kommt, kann das System selbst das Land selbst am Ende zerbrechen. Da gibt es sehr, sehr viele Artikel, die auf unterschiedliche Art und Weise erklären, wie Trump diese Wahl stehlen könnte. Ich werde später einige teilen, die ich wirklich mag. Ihr könnt die in eurer eigenen Zeit dann lesen. Zusammengefasst meine persönliche Meinung und meine Interpretation von Apostelgeschichte 27 ist, dass es klar sein wird für die Leute auf der richtigen Seite zu sehen, wer die Wahl wirklich gewonnen hat. Und wenn dann letzten Endes der falsche Präsident an die Macht kommt, wird das Land Amerika zerbrochen sein. Ich habe bereits das Beispiel des Jahres 2000 und 2001 gegeben, als Al Gore die Wahl gestohlen wurde. Aber ich würde euch raten, diejenigen, die sich dafür interessieren, zwei weitere Wahlen anzuschauen. Einmal die Wahl von 1824 und die Zertifizierung dann 1825. Und da wurde im Grunde genommen der falsche Präsident zertifiziert. Das sind die zwei Jahre. Das sind die zwei Jahre. Ich werde auch einen Jahr, über das kürzlich von manchen gesprochen wurde. 1877, welches für den Kompromiss von 1877 bekannt ist. Und das ist das Jahr der Zertifizierung nach der Wahl von 1876. All diese drei Wahlen sind ähnlich auf unterschiedliche Art und Weise. Ich habe nur über 2001 gesprochen. Aber ich würde vorschlagen, dass diese zwei anderen Wahlen auch etwas dazu beitragen, wie Amerika 2025 zerbrochen wird. Die eine Wahl von 200 Jahren vorher statt, die andere 148 Jahre und die letzte 24 Jahre. Zum Abschluss möchte ich zwei Mutmaßungen teilen, die ich von anderen Leuten gehört habe. Ich habe mehrmals gehört, dass Leute denken, dass wir nichts Großes erwarten sollten. Zu diesen Leuten würde ich sagen, wenn jemand zu mir gekommen wäre mit einer Botschaft im Jahr 2020. Und hätte mir gesagt, dass die Aufruhr zum Sonntagsgesetz, also 2021, markiert wird durch einen Aufstand am 6. Januar. Dass sie in das US-Kapitol einbrechen würden. Schreien und bedrohen, dass sie Trumps eigenen Vizepräsidenten Mike Pence erhängen würden. Und dass sie in Wirklichkeit die Zertifizierung von Joe Biden stoppen wollen. Da hätte ich auch gesagt, dieses Event ist zu groß, das ist zu laut. Aber jetzt im Nachhinein. Wenn das die Aufruhr des Sonntagsgesetzes war, dann erwarte ich nicht, dass das Sonntagsgesetz so groß anders sein wird. Und die zweite Behauptung, die ich gehört habe, und das sage ich jetzt zum Abschluss. Wie kann es sein, dass Kamala die Wahl gewinnen wird? Sagst du damit, dass das amerikanische Volk also das Richtige tut? Dass das Sonntagsgesetz nicht der Moment sein kann, wenn die Leute richtig handeln? Und darauf würde ich antworten. Denjenigen, den wir scheitern sehen sollten am Sonntagsgesetz, das ist nicht das Volk, sondern die Institution scheitert. Ich habe keine Zeit darüber zu sprechen, welche verschiedenen Gruppen sich in dem Schiff befinden. Das ist auch wichtig. Also die Leute im Schiff sind Teil der Institution. Und sie sind diejenigen, die scheitern. Und deswegen zerbricht das Land. Natürlich prophetisch. Die Vereinigten Staaten werden weiterhin bestehen bleiben und Wahlen haben. Der Kongress, der Senat und so weiter. Sie werden eine starke Opposition haben. Aber wir können sagen, sie haben ihre Demokratie zerbrochen. Wir können jetzt aufhören. Ich weiß nicht, ob wir eine Zusammenfassung brauchen. Also zwei Minuten Zusammenfassung. Oh, sorry, I'm not hearing the voices. Just a second. I hear you, but not English. Can somebody repeat what was said? Sorry. Kann jemand nochmal wiederholen, was gesagt wird? Just do a quick two-minute summary. Oh, two-minute summary. Okay. Also zwei Minuten Zusammenfassung. A two-minute summary would be the following. Meine zweiminütige Zusammenfassung wäre das folgende. Ich glaube, Apostelgeschichte 27 ist ein Zeugnis, das man verwenden kann, um das Thema und die Zeit des Sonntagsgesetzes zu verstehen. Wie ich bereits gesagt habe, wird das Sonntagsgesetz vom Schiffbruch repräsentiert. Und meiner Meinung nach gibt es da so viele Beweise in Apostelgeschichte 27, die uns zeigen, wo es passieren wird. Und was diese Themen drumherum sind. Ich möchte euch erinnern, dass Caesarea Boston ist. Sorry, which is the same of Lasea on the line below. Also das Symbol von Lasea in der Linie unten drunter. I want to argue this is Concord. Das ist Concord 2001. Then Exeter. Exeter. The closed door. Und die geschlossene Tür. Ich bin nicht in der Lage hier zu sagen, was Exeter genau sein könnte, weil nach Exeter gibt es nicht nochmal ein Exeter. Das ist Teil einer anderen Geschichte. Ich denke, wir sollten das herausfinden und zu einer Schlussfolgerung kommen. Aber mein Fokus ist hier die Linie des Schiffs. Also ich glaube, dass das Schiff sich immer noch an den Ankern befindet. Und wenn die Anker das sind, als Biden zertifiziert wurde. Und als die Anker in Vers 40 kurz vor dem Sonntagsgesetz herausgezogen wurden. Und dann muss es bedeuten, dass die Präsidentschaft endet. Ich kenne nicht jedes Detail. Aber ich würde sagen, dass das Sonntagsgesetz um den 20. Januar herum stattfindet. Was ich vorher gesagt habe, kann ich jetzt nicht wiederholen. Sie haben das Boot im Vers 30 verloren. Und das ist das Urteil des Schiffes. Also wenn das Sonntagsgesetz nicht nur ein Punkt ist, sondern eine Periode, dann wäre das hier die Periode. So, that's it. Let's have a word of prayer. Lass uns beten. Okay. Dear God, thank you for the opportunity. Lieber Gott, danke für die Möglichkeit. Wir leben in dieser Zeitperiode der Weltgeschichte. Es ist eine große Verantwortung. Und wir wissen, dass du von uns verlangst, dass wir lernen, zu einem Konsens zu kommen. Mögen wir nur dorthin gelangen, zu dem, was du möchtest, dass wir sehen. Mögen wir verstehen, was deine Wahrheit ist. Ich bitte dich all das im Namen Jesu. Amen.